Vom schönen Walchensee fahre ich heute zum oberen Isartal. Vorher genehmige ich mir aber dieses unglaubliche Panorama. Der fast 200 Meter tiefe See ist wirklich eine Bergperle. Also die Isar ist hier und nicht da. Da ist es auch schön, aber da ist es noch viel schöner. Also das schauen wir uns an. Die Isar entspringt im Karwendel und sammelt hier das meiste Wasser. Die Mautstraße vor der Ries-Wallgau bietet einen guten Zugang zum Tal. In schönen Wochenendtagen sind hier viele Motorradfahrer unterwegs. Weiter von der Straße entfernt bekommt man davon aber nur wenig mit. Für mich ist es eine gute Gelegenheit mir den Fluss aus nächster Nähe anzuschauen. Jedes Wort ist hier zu viel. Es ist einfach beeindruckend. Da ist wieder Pechner von Teufels. Der ist professor Z Keller. Der ist ein tolles D-E-N-S, After was zum Beispiel. In der Straße wird später eine geoffere Belegung. Die Schrauben ist ganz schön. Die Schrauben müssen wir noch mal gemacht haben. Die Schrauben auf jeden Fall ist das Schrauben. Die Schrauben werde ich verkaufst. Ich entschließe mich in die kalte Isar zu springen und unterschätze dabei die Fließgeschwindigkeit. Ich werde ein ganz schönes Stück flussabwärts getrieben, nun, ich nehme sportlich. Bin ich hier in Alaska oder bin ich hier in Bayern?